Die öffentliche Wiedergabe ist der zentrale Begriff der GEMA. Wenn man Musik öffentlich wiedergibt, dann braucht man eine Lizenz. Stellt sich allerdings die Frage, wann ist eine Wiedergabe von Musik öffentlich? Und ist das eigentlich immer so klar, wie es die GEMA darstellt? Das wollen wir heute klären und wünschen euch deswegen viel Spaß beim Video. Bevor wir zu den Einzelheiten kommen, klären wir doch erstmal die Definition. Eine öffentliche Wiedergabe ist im Gesetz geregelt. Allerdings gibt es da nur ganz wenige Ansätze dafür, was genau öffentlich ist und wie sich diese Öffentlichkeit am Ende des Tages definiert. Ganz entscheidend für den Begriff der öffentlichen Wiedergabe ist die Personenanzahl. Dabei kommt es, das ist ganz wichtig, nicht auf die gleichzeitig anwesenden Personen an, sondern es ist vielmehr relevant, ob die Personen, eine bestimmte Personengruppe, sukzessiv die Möglichkeit hat, also das heißt auch nacheinander, auf Musik, auf ein bestimmtes musikalisches Werk zuzugreifen bzw. dem zuzuhören. Ist das der Fall, kann auch ein einziger Mensch pro Zeitraum ausreichen, um insgesamt eine öffentliche Wiedergabe darzustellen. Wo genau diese Grenze verläuft, also wie viele Personen genau Öffentlichkeit im rechtlichen Sinne darstellen, die Frage ist etwas kompliziert zu beantworten. Früher war das Ganze einfach. Die deutsche Rechtsprechung ging nämlich lange Zeit davon aus, dass auch kleinste Gruppen, also schon zwei oder drei Personen, eine so große Anzahl darstellen, dass eine Öffentlichkeit der Wiedergabe gegeben sein kann. Diese deutsche Rechtsprechung ist aber zwischenzeitlich vom EuGH kassiert worden. Der EuGH gibt uns hier allerdings keine genaue Anzahl an Personen an die Hand, sondern spricht von einer gewissen Vielzahl von Menschen. Also sagt, dass es durchaus eine nicht ganz unerhebliche Gruppe sein muss, damit eine Wiedergabe öffentlich ist. Einen genauen Anhaltspunkt, also eine exakte Zahl, kann man daraus allerdings nicht ableiten. Es ist eben vielmehr eine Frage des Einzelfalles, weshalb es auch ganz entscheidend ist, dass man in derartigen Fällen, also wenn die Öffentlichkeit der Wiedergabe in Zweifel steht, wirklich auf Experten zurückgreift, die ein langes Wissen um die Rechtsprechung und um die Thematik haben und damit vielleicht die eine oder andere Situation auch ganz gut über den Daumen peilen können und euch schon mal einen Handelspunkt dafür liefern können, ob eine Wiedergabe, die ihr plant, öffentlich ist oder vielleicht doch eher dem Privaten zuzuordnen. Neben der Personenanzahl, die wie gesagt nicht ganz genau definiert werden kann, ist es für die öffentliche Wiedergabe auch von Bedeutung, ob der jeweilige Nutzer oder die jeweilige Nutzerin will, dass eine Öffentlichkeit die Musik wahrnimmt. Es kann also durchaus sein, dass im Einzelfall ermittelt werden muss, welchen Zweck die Wiedergabe der Musik verfolgt. Ein kleines Beispiel möchte ich euch hier an die Hand geben, denn dann kann man sich das vielleicht besser merken. Nehmen wir an, ihr habt eine Werkstatt und habt für eure Mitarbeiter im Pausenraum ein Radio installiert. Dieses Radio ist von euch nur zu dem Zweck angeschafft worden, dass Mitarbeiter in ihren Pausenzeiten das Radio nutzen können und eben Musik oder Nachrichten wahrnehmen können. Da gibt es dann ganz häufig das Problem, dass dieses Radio natürlich vom Schall her nicht begrenzt ist auf den Pausenraum, sondern durchaus auch andere, also potenzielle Kunden oder Mitarbeiter der GEMA davon Kenntnis erlangen können. Es stellt sich natürlich die Frage, ist das dann eine öffentliche Wiedergabe? Denn, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es kommt nicht auf die gleichzeitige Anzahl von Personen an, die die Musik wahrnehmen kann. Allerdings können diejenigen, die gerade aufgepasst haben, die Antwort eigentlich schon nennen. Ihr hattet ja das Radio einzig und allein für eure Mitarbeiter aufgestellt. Der Zweck des Radios ist also nicht, potenzielle Kundschaft zu beschallen, sondern einzig und allein euren Mitarbeitern während ihrer Pausenzeiten Musik zur Verfügung zu stellen. In dem Fall, das wurde bereits entschieden, liegt keine öffentliche Wiedergabe vor und damit ist eigentlich auch keine GEMA-Gebühr zu entrichten. Natürlich haben wir immer wieder den Fall, dass die GEMA trotzdem versucht, Gebühren einzutreiben und in diesen Fällen kann es sich definitiv lohnen, mal einen Anwalt oder eine Anwältin über euer Verfahren drüber schauen zu lassen. Zu der Frage der Nutzung bzw. des Willens des Nutzen, denn, gibt es auch noch einen weiteren recht interessanten Aspekt, den es zu beachten gilt. Die sogenannten Zaungäste, die gibt es ganz häufig bei Live-Veranstaltungen, insbesondere bei Open Airs und natürlich sind das diejenigen Personen, die keine Karten bekommen haben, aber sich vor das Gelände stellen, um so irgendwas von der Musik zu erhaschen. Stellt sich natürlich die Frage, sind die bei der GEMA-Lizenz auch einzupreisen? Hier ist ganz klar, nein. Nein, denn Zaungäste sind ja nicht diejenigen, an die sich die Musik richten soll, an die der Veranstalter also denkt, wenn er die Veranstaltung plant. Diejenigen, an die er denkt, das sind die zahlenden Gäste. Und hier ist ganz klar, dass die Zaungäste nur per Zufall quasi an der Musiknutzung teilhaben und deswegen nicht bei der Lizenzgebühr einberechnet werden dürfen. Im Übrigen gelten ähnliche Grundlagen für Handy-Klingeltöne. Das Thema ist jetzt zugegebenermaßen abgeflacht, aber man konnte schon zwischenzeitlich darüber diskutieren, ob die Nutzung von Originalmusik als Handy-Klingelton nicht vielleicht doch eine öffentliche Wiedergabe von Musik darstellen könnte. Auch da kommt allerdings dann wieder der Nutzungswille ins Spiel. Denn ihr wollt ja nicht, dass alle anderen an eurer Musiknutzung teilhaben. Das ist bloßer Nebeneffekt. Ihr wollt ja daran erinnert oder darauf aufmerksam gemacht werden, dass ihr angerufen werdet. Deswegen ist ein Handy-Klingelton keine öffentliche Wiedergabe von Musik und damit natürlich auch nicht lizenzpflichtig. Achtung, wenn ihr auch den Originalsong allerdings vervielfältigt habt, kann in ganz speziellen Einzelfällen trotzdem eine GEMA-Gebühr fällig werden. Auch die Vervielfältigung von Musik kann nämlich lizenzpflichtig sein. Das gilt nicht für Privatkopien, die ich aber in einem anderen Video besprechen möchte. Apropos Privat. Da war ja noch was. Öffentliche Wiedergaben stehen natürlich nur dann zur Debatte, wenn es keine privaten Wiedergaben von Musik sind. Private Wiedergaben von Musik sind natürlich dann gegeben, wenn ihr zu Hause eure CD in eure Anlage reinschmeißt und die Nachbarn halt blöderweise mithören. Auch kein Problem ist das bei kleineren Geburtstagsfeiern, wo wirklich nur eure besten Freunde anwesend sind. Auch dann haben wir ganz unproblematisch eine private Wiedergabe und damit keine Lizenzpflicht. Schwieriger kann das allerdings in anderen Fällen werden. Denn die Rechtsprechung sagt, es muss eine gewisse Verbindung zwischen dem Veranstalter und den anwesenden Personen geben, damit es keine öffentliche Wiedergabe ist. Da wurde auch schon mal bei einer Betriebsfeier gesagt, dass diese persönliche Verbindung zwischen Veranstalter und Anwesenden nicht gegeben sei und deswegen eine Lizenzpflicht gegenüber der GEMA bestünde. Zusammenfassend lässt sich zur öffentlichen Wiedergabe also Folgendes feststellen. Auch wenn eine genaue Anzahl an Personen nicht genannt werden kann und es häufig auf den Einzelfall ankommt, ob eure Musiknutzung jetzt privat, lizenzpflichtig oder vielleicht zwar eine Wiedergabe, aber keine öffentliche Wiedergabe ist, jedenfalls im rechtstechnischen Sinne, kann man doch mit ein wenig Wissen und ganz viel Erfahrung auf dem Gebiet das eine oder andere Mal euch vor einer Lizenzpflicht bewahren, wo die GEMA im ersten Moment mal eine Lizenzpflicht sieht. Bei der Frage der öffentlichen Wiedergabe lohnt sich also das Pfund eines guten Anwalts. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Thomas.